So, willkommen zurück bei Let's Play Overwatch. Numbani Attack. Jawoll, angreifen. Sieht immer gut, jetzt spielen wir aber mal Tracer, oder? Sieht gut aus. Ja, von den Leveln her finde ich es auch ganz okay. Von den Teams gut ausgeglichen, aber wir haben keinen Support, jetzt haben wir einen Support, jawoll. Auf los geht's los, 3, 2, 1, Start. Ach ja, wir müssen ja wieder eine Minute warten. Hab ich ja ganz vergessen. 20 Sekunden noch. Da bin ich ein bisschen ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. So, Warteschlange oder so mag ich ja eigentlich gar nicht. Ich meine, ich finde es ja fair, dass die Verteidiger genug Zeit kriegen. Aber ich glaube, das schafft man auch in der Hälfte der Zeit, wenn man sich anscheinend... das Ecken rein hat. War das eine Mei? Ja, eine Mei und eine Widowmaker haben die auf jeden Fall. Mei, Widowmaker, Reinhold. Und eine Mercy, die hinterhängt. So. Haben sie weggepusht? Okay. So. Mal gucken, was vorgestellt. So. Müssen wir aufpassen. Haha. Richtig. Oh, das ist Jin. Das war uns, weil die war im letzten Game. So. Da rushen wir doch gerade sehr gut durch. Können von mir aus gern öfter so sein. Oh, Reinhardt. Der reine Reinhardt. Ist egal. Wir haben es geschafft. Halo und Ink. So. Ab mal. Huff. Ja. Wow. Ich wusste es, dass der nur lang genug wartet und es dann von hinten holt. Scheiße. Dreck. Hab ich nicht drauf aufgepasst. So. Das war die Rache. Reinhardt, ey. Schade, dass sie mich nicht noch fassen konnte. Ja. Bess schon drauf rein hat. Kombi. Jetzt wird es wieder haarig. Okay. Da ist Bess schon da. Okay. Jetzt ist der Ziel erreicht. May haben wir auch. Schön am Payload bleiben. Gut gespielt. Oh. Was ist der da oben? Ich pack's ja nicht. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin wieder im Bastion. Das gefällt mir nicht. Da sind die da oben. Jetzt muss ich gucken, ob ich da was gutes hinplayen kann. Ne, das wäre nicht gut. Achso, die hat ja einen S-Block angepasst. Nein, 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 nein. Ah. Ah. Oh. Wie sie da geschnauft hat. Puh, 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 puh. So gut. Das Payload? Oh. Oh, was? Der Schuss, ähm. War gut gemacht. Elf Eliminierungen schon. Er sollt ja, wenn ihr eine Rumba landen habt, wenn ich da ist. Boah, dass ich den Kopf gestoßen habe. Wieso hat meine Bombe jetzt... Oh, lol. Ja, die hat normalerweise übelst die Gimba-Range. Schon wieder ein Bastion. Bastion down. So, vielleicht von der Seite hier. Match down. Die Ulti will ich nicht abkriegen. Okay, jetzt kommen wir ran. Okay. Was? Voll in die Schulter wahrscheinlich. Er fliegen die Ultis nur durch die Gegend, aber mit Tracer räume ich grad echt gut auf. Zwar nur noch Bronze, aber... Wir pushen gut für die Zeit. Ach Bastion. Also down. Was soll das denn werden? So schnell wieder ran. So. Bam. Nein. Ausgerechnet dann muss ich nachladen. Komm schon, hier mäht er noch. Oh, jetzt ist er richtig Party. Boah. 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 Boah, Leute. Der Reiner hat richtig groß gecharged. Aber sie haben ihn. Das ist nur der Bastion wieder ausmufen. Komm. Dann wirst mal deine Ulti vorbeifliegen. Mich stört das nicht. Boah. Oh, das stört mich. Das gibt's noch nicht. Die devsen das jetzt echt richtig gut. Aber da haben wir ja was gegen Bastion. Wenn ihr's durchkriegt. Wenn ihr's durchkriegt. Mhm. Natürlich schießt er gerade in dem Moment nicht aus mich. Ah, jetzt schießt er plötzlich wieder. Oh, die Mei. Fuck. Oh, ja. Und dann muss er natürlich wieder zur Stelle. Das ist aber schnell. Es wäre schade das zu verlieren jetzt, wo wir so gut vorgepusht haben. So. Hier wird nicht aufgebaut. Win! Yes. Haha. Schickes Ding. Ja. Der war schon stark, der Gegner schon Reinhard. 1. Neu, wieder alle stillen. Ja, der hat, der kam einfach aus dem Nichts. Das hat er so gut hingekriegt. 88% des Matches war Raw and Fire. Sehr geil. Okay. Hier. 2. 1. 3. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. Das war's für heute. Ja lol, Vira rumhüppelt, ähm, wenn sie den Speedbuff hat. N-O-N-O. Hier oben ist manchmal voll der gute Punkt fürs Geschütz, aber wenn ich es hier so ins Eck stelle, dann kann es in zwei Richtungen bauen. Geht das hier hin? Müsste gehen. Hier geht's hin. Bam. Zack. 2, 1. So. Objective, ey. Okay. Hm. Wir suchen uns über die Seite. Haha, nicht mit mir. Shit. Da war ne Pharah. Da hab ich gut Raketen gefressen. Ah, damit hab ich auch grad nicht ganz gerechnet. Oh Gott. Ein Geschütz steht auf jedenfach. Das ist gut. Oh Gott. Oh, das ist doch echt schön. N-O-T U-Loi. Huge win. Rains from above. No one can hide from my sight. Fucking Tracer. Nein, mein Turret ist da und ich wollte ihn gerade verstärken. Egal, dann kann ich jetzt ein Turret Stufe 3 bauen. Das ist auch okay. Unser Bastion hat sich da gut getarnt. Jetzt kommt noch ein Stufe 3 Turret dazu und dann sollte man es ganz gut halten können erstmal die nächste Zeit. Denk ich zumindest. Turret supercharged. Jetzt ist er wieder Stufe 2. Egal. Wut der F? Wut der F? Armored Packages. Der F? Das ist nicht genug, Scrap! Justice! Oh, let's break it! Die! 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 Dr. Tracer! Aber ist nichts, was wir nicht hinkriegen würden. Herr Tracer, kannst du ruhig abhauen von mir, nicht das Objective spielen. Kein Problem. Ist bloß mein Geschütz gehen. Komm. Jawoll. Mein Tower. Du schon wieder. Boah, der Tower ist gut geregelt. Mein Tower. Jawoll. Jawoll. Das ist gut, was ich dir gemacht habe. So. Win. Nice. Zwei Winz. In Folge. Das muss ich mir gleich irgendwo markieren. Mein Coach. Ah, bestchen Play of the Game. Freue ich mich zwar eigentlich nicht so drüber. Aber, oh mein Gott. Der gute Jhin. Zerpfalte mit DGA. Eskaliert. Sie sind viel über die neue Capture Card. In der Folge. Und da ist mein Freund, oder? Das solls auch für diese Folge von Overwatch wieder gewesen sein. Ab der nächsten Folge sollte das Ganze über die neue Capture Card laufen und dann bessere Qualität haben. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut.